Schöne Zeitung, bis heute auf YouTube! Meter macht gar nicht. Paul, du machst irgendwie Pause und Meter machen, dann fährst du weg oder so, ne? Nein, aber, also ich hab hier eine Sache gemacht. Werden wir die reinkatten? Keine Ahnung. Ganz groß vielleicht. Ja, dann seht ihr, was ich gemacht habe. Ich hab den nass gemacht, den Typen mit ekelhaftem Wasser. Und dann sehen wir uns gleich. Auf rein. Ciao. Das hat er aufverkackt, ne? Aber wenn ich jetzt eine Aufgabe gebe, warte mal. Du weißt schon, ne? Du hast aufverkackt. Wenn ich die Aufgabe gebe und du irgendwie die Pause nicht einhältst, also du keine Ahnung, irgendwas machst, ne? Hast du auch verloren, ne? Also, ja, okay, guck mal. Jeder kriegt drei Fragen dann, ne? Wenn du verkackst, hast du verkackt. Wenn ich verkackt, hab ich verkackt, dann endet das Video. Okay, dann sag ich eine Sache, dann mach ich nicht mehr. Wie? Ja. Na dann nicht, hä? Okay, dann fang ich auf. Und dann das Geldbetrag machen, damit es spannender wird. 500 Euro? Ha? Ich sag ja nur, wir können auch weniger machen. Ja, okay. Nein, 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 okay. Okay. Aber man darf nicht direkt übertreiben, ne? Ja. Du übertreibst dich, ich kenn dich doch. Egal. Dann fangen wir jetzt an, A, B. Hä? Ey, du kannst doch jetzt nicht eine Frage stellen. Ja, doch. Das ist Pause-Changer. Ah ja, okay. Ich muss einfach Pause sagen. Okay, Pause. Film noch... Ah, shit. Ich hab ein Handy und so drin, ne? Abla! Abla! Abla, komm mal kurz filmen. Ey, 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 ey. Der ist jung, ey. Der will sein Handy rausholen. Ich hab keine anderen, weil ich Schuhe brauch die heute. Guck mal, was da alles drin ist. Ah! Du hast keinen anderen Schuhe? Wenn du willst, zieh dir eben aus. Mir egal. Ich pose. Ich darf nicht. Du bist so scheiße. Der denkt, der ist lustig, ne? Ich will, der soll abwarten. Warte. Weiter. Weiter. Das ist gar nicht lustig. Aber wir machen gleich weiter. Ihr wisst gar nicht, was ich am Ende vorbereitet habe. So, Leute. Der hat mich wirklich auf die Idee gebracht, dir gleich beim Mediamarkt ein paar Pausen zu machen. Und dann geh ich. Dann, keine Ahnung, was ich mache. Aber wir gehen jetzt da hin. Ich darf da drin leider nicht filmen. Das ist das Problem. Aber ja. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein neues Niko vor holen. Er wird büßend, Leute, Leute. Guckt gleich fürs Finale, was ich geholt habe. Er weiß es noch gar nicht. Er weiß es noch gar nicht. Ey, geh mal weg. Ich hab das gehört. Geh mal weg, geh mal weg. Ich steig nicht mit jetzt. Ich steig nicht mit jetzt. Geh weg, geh weg. Du wirst den Rest nicht sehen. Wir sehen uns gleich. Geh weg, ciao. Leute, dieser Fisch. Denk ich komm jetzt mit rein in den Mediamarkt. Oh, mir wird es verarschen. Nein, was? Ich hab doch gehört. Leute, er steht vor mir und sagt. Leute, der hat mich auf die Idee gebracht, dass ich den Mediamarkt eine Pause mache. Du wirst locker zwei, drei Stunden nach Hause. Denkst du, ich bin so dumm? Nein, weil er eine Stunde höchstens. Meinst du? Ja, das ist nicht weit. Ja, für dich ist es so zwei, drei Stunden. Für den Menschen eine Stunde. Nein. Ich schwöre, guck mal. Man kann durch den Wald und ich schwöre vom Meckes aus auch noch. Egal, ich bleib jetzt hier, Leute. Ich bleib jetzt hier. Wenn du mit meinem Handy machst. Okay, man sieht sich gleich. So, Leute. Ich hoffe, Tonqualität ist gleich besser. John hat hier eine halbe Stunde gewartet. Ich hab jetzt eine gekauft. Der war gebraucht, deswegen wollte ich den nicht nehmen. Aber ja. Ich hab nicht mal Rabatt bekommen. Wir machen jetzt einen Cut. Wir gucken, ob die Tonqualität gleich besser ist. Safe aber. Ey, was kommst du? Red mal. Hallo. Wir machen weiter. Let's go. Hallo. Was ist da? Guckst du so? Du weißt, wir einkaufen, ne? Was ist das jetzt von mir? Was sitzt von mir? Mach mal A, B, C. Job. Du hast A gewählt. A hast du schon gesagt. Mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf. Ich war außerdem nur Stopp gesagt. Ich hab nicht mal Pause gesagt. Ah ja, okay. Ich hab das rechne. A. 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 Mach mal. Stopp. Jetzt krieg deinen Mund schon auf. Ich hab wieder Stopp gesagt. So Leute, ich war ein bisschen einkaufen. Ein bisschen rohes Fleisch. Ich glaub, der Can mag rohes Fleisch. Ja. Du kannst mal einmal rohes Fleisch weißen. Du hast dich Pause gesagt. Ja, das hab ich auch nicht. Aber ja. Wir machen mal Pause. Pause. Ich krieg das da schon durch. Aber ja. Das hat schon mal gehalten. Es ist Albu ne. Wirst du das besser Film? John mach deinen Mund auf. Dein Mund war gerade auf. Mach ihn auf. Mach auf. John mach auf. Riecht. Riecht wach auf. Hey, Lu. Ja, Lu. Du verlierst. Ja, du verlierst. Pause. Mach deinen Mund auf! Mach deinen Mund auf! Ich will deine Pause auf! Nein, du hast deine Pause auf! Riech dran, komm, riech dran! Ich hoffe, man sieht nicht. Wir nehmen jetzt ein Stück nur hier. Wenn es nicht anders geht, geht es halt mit Gewalt. Ich höre, ist dein Mund auf! Riech dran! Riech dran! Riech dran! Riech dran! Nein, nein, nein! Ich habe euch endlich gesagt, mach auf! Mach auf! Du hast eine Hand dran! Nein! Ich schmeiß dich raus, du kriegst ein ganzes Stück! Nimm den Mund und Kau ein bisschen, komm! Nimm den Mund und Kau ein bisschen! Nimm den Mund und Kau! Du hast doch da! Ich schieße es! Ich will deine Pause! Ich will deine Pause! Tja, Tami, ich will dir jetzt ein ganzes dann! Riech dran! 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 Ich habe hier auf dein Auto gespuckt aus! Weiter! Guck mal Taschentuch! Ich habe keines! Guck mal meine Hand an! So ein bisschen mit Fleisch! Ja, weiter, weiter! Nimm! Du hast jetzt die Kamera! Jan, wir holen dir einfach Wasser, okay? Wenn du willst! Riech dran! Ist das so schlimm, Jan? Yes! Hä? Pause! Oh nein! Wenn du nicht den Mund aufmachst, dann mach ich aber gegen dein Gesicht so wie du willst, ne? Pause! Hey Jan, das ist nicht lustig! Ich muss Deckel aufmachen! Jan, das ist scharf! Du weißt, ich kann jetzt hier kein Scharf! Ich kriege immer Bauchschmerzen! Echt? Ihr dreht mich gar nicht! Ich habe das selber nicht in meinem Mund! Das ist extrem scharf, ne? Das ist dieser Scharf! Das Ding ist... Leute, warte! Das Ding ist, dass wir eigentlich nicht so schaffen auf kleine Menge, ne? Aber auf große Menge! Jan, kack nicht rein! Ich schuld, ich kann das nicht! Ich schuld! Ah! Ah! Weiter! Ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag. Der Schaft? Ja, der Ausfall. Ah, nein, Deutsch. Jem, richtig, ja, was ist da los? Na, wie? Ich weiß auch, was ist das zu tun? Ey, es brennt, Jan. Zeig mal kurz dein Gesicht. Jem, wie? Du bist so voll Schaft, Digga. Ja, wenn er mich hoppst, nimmt er mich zurück. Ja, warte ab. Er brennt alles. Wo ist mich? Jem, wie? Nein, schließe ich nicht an! Jan, diese Chats sind nicht mehr lustig, ne? Wenn das gegen mein Auge kommt, ne? Dann hast du Pech gehabt. Ist so lustig, ne? War das nicht so Schaft? Doch, Jan, es brennt. Mann, Alter. Leute, das Ding ist, ey, es brennt extrem, ne? Jan weiß gar nicht, was ich noch mit ihm vorhabe. Ich mach jetzt noch etwas harmloseres. Ey, es brennt ja wie bei Soße. Aber danach, der wird komplett auffällen, wenn ich das mache gleich. Müsse ich jetzt. Ich seh's dann, ne? Sag doch Pause, komm, sag Pause, komm! Wenn du Pause musst, musst du dich ja bei straff halten, ne? Du darfst nicht so drücken oder so, ne? Das haben wir nicht gesagt. Ja, keine gewaltigen Videos! Pause! So, war's, ne? Man sieht dich so zwar nicht sehr gut, aber... Kannst du doch kein Katzenfutter sehen? Ey, nicht drücken! Pause! Und dein Arm war so! Oha, ey, nicht so, nicht so. Wo zensier das, Alter? Ja, du ziehst das zurück! Ja, das hat so Schmerzen gemacht wegen der Beziehung. Ich hab mich verbrannt. Jan, ein bisschen behindert! Nein, Jan, kein Katzenfutter! Ne! Oh, das war ich nicht! So geht, so geht! Oh, das stinkt so, Jan! Sag, ich bin der Beste! Sag, ich bin der Beste! Jan, ich schweine gerade! Sag, ich bin der Beste! Jan, ich schweine! Ob ihr mir glaubt oder nicht, ne? Dieses Katzenfutter stinkt extrem! Jan, geh weg! Jan, kack nicht rein! Stehen bleiben! Mach mal! Hab ihr lecker? Lecker! Weiter! Na, ich hab jetzt erstens die Kamera! Ich weiß nicht, ob man sieht, ob ich recht geweint habe! Keine Ahnung, weil das so stinkt! Aber der hier soll abwarten, ne? Jan! Jan! Warte, warte! Weißt du was? Pause! Du hast deine Hand hinten unten! Ich schwör, ich mach nichts in deinem Mund! Mach dein Handy wieder nach unten! Warte, hab ich wasch kurz alles! So, Leute! Jan hat übertrieben! Ich hab euch ganz am Anfang was gezeigt! Guckt mal mit, was ich habe! Jan bleibt da stehen, ne? Er hat extrem Angst vor Mücken, alles mögliche! Guck mal, hab ich gekropft! Ich hab morgen extra 2 Stunden gefahren! Ich trau mich das nicht mal anzufassen, ne? Ey, Leute! Ey, Jan! Warum bewegst du dich? Geh wieder dahin! Er hat's, glaub ich, gesehen! Schaut euch die mal an! Boah, Leute! Schaut euch den mal an! Alter, ich geh kurz rein, damit wegen Besserem nicht! Ich hab so Angst, ich pack und Angst vor was hin! Deswegen packe ich das hier mal dran! Ich glaub, Jan rennt gerade weg! Ich glaub, der macht gar nicht mehr mit, diese Pause-Challenge! Der hat die Tür zu! Der hat das gesehen! Alter, Leute! Ich will euch das mal zeigen! Jan, hab ich nicht Pause gesagt? Boah, das ist so am vibrieren! Diese Box, die sind am hüpfen! Abi! Abi! Jan kommt einfach einfach in den Kissen an alle! Nein, Baba! Jan hat sich eingeschlossen! Er will! Diese wunderbaren Tiere! Manche hätten nicht haben, egal! Ich geh da mal! Der muss ja irgendwann wieder rauskommen! Abi! Abi! Warte deine Lage nicht! Jan, ich lass sie wieder raus! Ja! Jan! Oha! Abi! Mach die Tür auf! Abi! Mach die Tür auf! Abi! Mach die Tür auf! Ah! Jan! 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 Abi! Komm! Ich mach dir ein Angebot! Du nimmst einen in die Hand! Ich mach nichts! Vorbeipause-Challenge! Vorbei! Du, 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 du! Ich mach dir abends ne Glatz! Ein Angebot! Nimm erstmal die Box in die Hand! Nimm die Box in die Hand! Sag, Wander, du machst nichts! Nimm mal! HAAA! Abi, bitte! Abi! Frisch! Nein, Jan, nimm richtig! Ah, da ist ein Fuß rausgekommen! Nimm die Hand richtig! Abi, Wander, du wirst das fein oder so! Nein, nimm! 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 Abi, Wander auf! Abi, Abi, Abi! Geweck! Nein, geweck! Ey, ich hab so Spaß, ne! Mopst du mich nochmal so? Nein! Was war das mit Katzenfutter? Du hast doch auch mit Fleisch bei mir gemacht! Jan, warum kriegst du so rein? Ja, wir haben immer drei Witze nicht! Wir mögen uns doch so sehr! Hä? Der schlägt mich jeden Abend! Jan, du nimmst einen in die Hand! Nein! Okay, dann mach ich dir jetzt alle raus und schließt die gleich ein! Ja! Ja, warum wird die Schlamm, die die rauslässt? Das wird doch egal, hä? Tawamm! Tawamm, guck jetzt! Jan, was hast du gemacht? Abi! Das hat doch geworfen! Nimmst du, das bringt was? Jan, wenn das runterläuft, geht das eher auf! Nee, ich halte das gerade zu, die Box da auf! Ah! Jan, ich werfe rein! Abi, komm! Warte! Abi, man treibt dich! Geh nach hinten! Nein! Auf den Kopf! Abi! Abi! Abi, 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 Abi! Geh nach da hinten! Jan! Geh nach da hinten! Ich lass fallen! Ah! Ich lass die raus! Abi, die wüsst das mal sehen! Der Kopf ist richtig auf sein! Jan, du kommst endlich raus! Machst du das doch mal? Nein! Sorry, Abi! Geh nach da hinten! Geh nach da ganz hinten! Nein! Du wirst mich einsperren mit denen! Nein! Ich schwör dich nicht mit denen ein, Jan! Ich bin doch nicht zu dumm! Geh nach da hinten! Warum? Dann geh ich! Ha? Weil ich dir was erklären will! Nein! Das war's mit dem Video! Kam, ich lass die raus, verrückt! Mach! Geh nach da hinten! Du schörst mich hier ein! Du kannst doch Schlüssel nehmen, dass ich dich einsperren kann! Nimm Schlüssel! Nimm Schlüssel! Das lässt du hier reinfallen! Nein! Dann geh nach hinten! 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 So, ich mach dir jetzt ein Angebot! Du nimmst einen in die Hand! Dann ist das Video vorbei! Wenn nicht, ich lass die alle raus! Nein! Ich lass die raus! Ich lass die raus! Denkst dich nur einen in die Hand! Wie seh ich aus? Ah! Jan! Wenn du dagegen schlägst, das geht auf! Boah! Ich twiddle die alle! Schaffst du das? Tötest du dich? Schaffst du das nicht zu töten? Habi! Geh weg! Okay, ich mach dir noch ein Angebot! Warte, warte! Ich mach dir noch ein Angebot! Warte, ich mach dir noch ein Angebot! Warte, ich mach dir noch ein Angebot! Warte, ich lass die Kamera rein! Ich lass die Kamera rein, wenn das auf mich fallen lässt! Ich hab guck mal... Ich hab guck mal... Wir sind da drin! Zwei, vier... Was? Sag doch jetzt! 10 Stück! Guck mal, wir haben 10 Heuschrecken El Locusta Migratiora! Du musst die eine rausnehmen kurz in die Hand, dann kannst du machen was du willst! Oder? Ich hab verloren! Tama! Nein! Ja, du hast schon verloren! Du isst ein Irrschen Katzenfutter! Ah, weh! Warte mal, treib ich deine... Drei, zwei... Tama! 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 Abi, Abi, bitte! Wenn du mich liebst, dann verpiss dich auf, du mich in den verfickten Raum! Das ist ja geil! Okay, dann weiter, ich schau auf! Abi! Ben, das ist so ein Katzenlöffel! Nein! Was krieg ich als Gegenleistung, wenn ich das nicht aufmache? Du kriegst deine Glatze abends rasiert! Was? Bedrohst du mich gerade? Drei? Aber ich hab nur noch zwei Finger dran! Abi, diese Angst, ich hab jetzt zehn Minuten! Deine Glatze hält drei Monate oder so! Ja, ich mach mich auch, okay? Oh, Leute, schaut euch das mal an, ich weiß nicht, ob man das sieht, ne? Ich schwör, ich mach die armste Glatze, wenn du einen rauslässt! Ich bedroh mich nicht, ich lass sonst einen raus! Ich lass alle raus! Ich schwör, ich rasier sogar deinen Bart ab, dann! Wallabilla! Ich schwör, wenn du einen rauslässt, ich mach die glatze Bart! Und deine Augenbrauen! Und deine Augenbrauen! Abi, ich hab deine Augenbrauen weg! Fingst, kannst du fangen? Wenn du fängst, passiert nichts! Wenn du fängst, passiert nichts! Ulla Pizza, Abi, mach nichts! Warte, 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 warte! Leute, der liegt auch, ich bin so dumm! Warte, halt mal Kamera! Zeig auf mich! Nein, du, du wirst das hier rein und dann rechts raus! Nein, ich halt die Kamera nicht! Ich will was sagen! Was denn? So, Leute, ey, Can, denkst du wirklich, ich lass die hier raus? Ja? Ich weiß, dass du Angst davor hast, aber ich lass doch keine hier raus! Einzige, was man wirklich machen kann, eine rauslassen! Aber das Ding ist, wenn ich aufmache, die springen alle raus! Das ist das Ding! Weißt du, ich hab mir, ein Kollege von mir hat einen Eintex, ich bring dem die jetzt! Du Mörder! Die sind dafür da, die haben schon deswegen... Du Mörder! Ah, okay, okay, du bist eine Eintex, Mann! Guck mal, die kleinen Eintex! Abi, 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 Abi! Mach's mal, warte, 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 mach Outro, ey! Fing dich mal Outro! So, Leute, das war's mit dem Video, ho drei bis zum... AAAAAAAAHHHHH!